Die äußere Datenverarbeitung umfasst die Programmerstellung für eine numerisch gesteuerte Werkzeugmaschine. Der Programmierer entnimmt dazu der vom Konstruktionsbüro angefertigten Zeichnung die Formangaben und formuliert diese Arbeitsinformationen im Rahmen seiner NC-Programmierung als Weginformationen im NC-Programm. Diese Weginformationen bestimmen nach der Aufbereitung in der numerischen Steuerung die Bewegungsabläufe in der Maschine. Die vom Konstruktionsbüro angefertigte Zeichnung dient außerdem der Arbeitsvorbereitung als Basis dafür, die fertigungstechnischen Angaben zur Herstellung des Werkstückes festzulegen. Aus diesen Arbeitsinformationen ermittelt der Programmierer die Schaltinformationen des NC-Programms. Diese schalten in der Steuerung der NC-Maschine den Energiefluss. Die Schnittstelle zwischen äußerer Datenverarbeitung und innerer Datenverarbeitung ist durch das NC-Programm gegeben. Dieses kann über einen Programmträger oder direkt über eine Datenleitung vom Rechner in die Maschine eingegeben werden. Welche Möglichkeiten dazu im Einzelnen bestehen, besprechen wir später. Die innere Datenverarbeitung umfasst alle Vorgänge, die innerhalb der Steuerung in der NC-Maschine ablaufen. Die Schnittstelle zwischen äußerer Datenverarbeitung umfasst alle Vorgänge und innerer Datenverarbeitung.